ARD Text im Auftrag von Funk Endlich werden wir wieder eine richtige Familie. Papa, komm zurück. Und wer ist das? Ey, ihr habt ein Mannschaftsbesprechung. Für Mathis, dein Helmut. Helmut Rahn. Wer ist der eigentlich? Das ist dein bester Freund. Was? Danke, Mathis. Musiker? Soll das ein Beruf sein? Ja, das ist mein Beruf. Hassani! Goodbye, Daddy! Ich verbiete dir hiermit jeglichen Umgang mit Soldaten. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Dein Vater hat schwere Zeiten hinter sich. Der braucht dich mehr als ich. Komm, ich muss wirklich los. Du drückst mir einfach von mir die Daumen. Ich weiß, jeder will spielen, aber ich kann nur elf Spieler aufstellen. Wunder geschehen. Mensch, Papa! Ein richtiger Lederball! Dort bin ich als König auf dem Bolzplatz! Welche Strategie verfolgen Sie? Wissen Sie, junger Mann, der Ball ist rund und dein Spiel dauert 90 Minuten. Mit einem Schlag. Wir beide können so groß sein. Wir können etwas Unglaubliches erreichen. Wir können hier gewinnen. Wir können Weltmeister werden. Wir übertragen aus dem Bankdorfstadion in Bern. Kommt mal! Abgekehrt! Ratschi! Unendlich mehr! Deutschland ist Weltmeister! Wir können unser Statt Kommissar besser in die gesamtenym Trelle. Wir müssen uns dagegen aufnehmen. Wir müssen uns schalten.